Dieser Planet ist ein Strafplanet, auf die alle gelandet sind, die sich nicht an die universalen Gesetze des Universums gehalten haben. Die Arier sind quasi gar nicht hier auf dieser Welt geboren. Nein, gar nicht auf dieser Erde geboren. Wo kam jetzt die Arier her? Vom Aldebaran. Von diesem Stern enthauptet ist Dias 68 Lichtjahre von uns entfernt. Der Mond ist besiedelt, der Mars ist besiedelt und noch einige Planeten mehr. Naja, aber das würde ja bedeuten, der Mond und der Mars wären besiedelt von Nazis. Richtig, die Rückseite. Haben Sie denn schon mal UFO gesehen? Ja, mehrere. Hier in Berlin auch. Und da sitzen die Arier drin? Da sitzen sie drin, ja. Nationale Raumstation. Computer spricht Deutsch. Andock Vorgang Fehlschlag. Die Schleuse ist voll. Weißwurst aus der Tube. Sauerkraut Shake. Lebensraumerweiterung. patienten. Patrioten in Space. Deutsche im Weltall. Germanen im Raum. Raketenbasis. Werner von Braun. Deutsche im Weltall. Interplanetare Arisierung Außerirdisch und blond Druck auf der Leitung Keine Damen an Bord Die Brücke ist kein Frei Deutsche Gründlichkeit Langeweile im Orbit Tausendjähriges Reich Deutsche im Weltall Hermalen im Raum Raketenbasis Werner von Paul Schwung, dynamisch, identitär Ein bisschen arisch, so blau und leer Deutsche im Weltall Hermalen im Raum Rufe Antarktis Kamerade auf dem Mund Kalte Füße im Stiefel Die Erde ist hohl Die Erde ist hohl Im Weltall Hermalen im Raum Raketenbasis Werner von Paul Deutsche im Weltall Superbärmitsch Erbarme den Raum Du groß dynamisch Raketenbasis Strafplanet Werner von Paul Interplanetärisch Rutsche im Weltall Die Erde ist hohl 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 Die Erde ist hohl